Kryptische Zeilen, Katie Price im umjüngsten Sohn Katie Price, 44, Sohn scheint eine schwere Zeit durchzumachen. Das ehemalige Model ist stolze Mutter von fünf Kindern. Während sie sich in der Öffentlichkeit und im Netz oft mit ihrem ältesten Harvey, 20, zeigt, sieht man ihre vier jüngeren Kids seltener. Vor allem Bernie, 8, und Jet, 9, aus ihrer Beziehung mit Kiran Heiler, 35, zeigt sie nicht oft. Aber ihr jüngster Sohn Jet scheint Katie nun Sorgen zu bereiten. Bei Instagram teilt die 44-Jährige jetzt ein Bild von sich und Jet. Dabei sitzen die beiden nah beieinander und lachen fröhlich in die Kamera. Mein wundervoller kleiner Junge. Jet hat im Moment mit so viel zu tun und in Zeiten wie diesen will ich ihm das Gefühl geben, geliebt und beschützt zu werden. Ich helfe ihm, das alles zu überstehen, meint Katie. Womit genau ihr Spross derzeit zu kämpfen hat, verrät sie nicht. Aber sie stellt klar, eine sehr enge Bindung zu ihm zu haben. Zuletzt zeigte Katie sich im Dezember zusammen mit Jet und seinen Geschwistern im Skiurlaub. Ich liebe diese Wochenenden mit den Kindern beim Skifahren, schwärmte die Britin. Allerdings wurde ihr der Spaß am Wintersport schnell genommen, denn durch die Belastung spürte sie eine alte Fußverletzung wieder. Kurz darauf wurde sie ein weiteres Mal am Fuß operiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017